und der ist nicht noch unter dem filipp jochow für den schock hat du hast nicht sehr viel stein ja hier einfach nur diese lücke zu ich habe mich da etwas weiter noch und nichts gesagt hat dass ich durfte wobei ich habe es gesagt aber ich habe nicht genau gesagt wo irgendwer muss dann immer wieder jede minuten ich habe zuerst einmal haben wir haben aber wir haben aber okay können wir gleich auf vergabe der war antonen opfern ist ja auch eine möglichkeit ja ich bin ein viertes team leben könnte sein nein wenn wir balkonopfern dann kriegen wir ein viertes team kann ich mir die kohle reingeben ich habe kartoffeln reingeben und ding ich mache ich vergröße den raum unseren woran verstehst du das ja weil ich hatte weißt du wie scheiße ein wenn das tut so dumm gebleibt kann ich meine kohle kann das noch ein bisschen ich wollte noch gelaufen dass ich einfach holzkohle ich bin das spiel über mir echt auf was du machst ich höre über mir ich bin selber ein spieler oder nicht dass man wenn man zu schnell hier kriegt noch dann falsch haben wahrscheinlich ich habe zwei brot noch gar nichts verloren und ich hab garotten die klasse die decke jetzt pass auf warum man hier den wohnen wissen ja wobei ich glaube den können wir lassen so in der arbeit ja okay wo ist überhaupt der ausgang hat der ausgang da ist der ausgang sie muss noch auf siehst du ist hell ich bin hinter dir ja warte ja anton wenn du daran bist kannst du bitte hier treppen einsetzen ich glaube es ist hell ich bin hinter dir ja warte ja anton wenn du daran bist kannst du bitte hier treppen einsetzen ich habe achtung gesagt du kompletter idiot ich bin nicht angreifen und ich habe nicht geguckt ich bin der gerannt okay ist nicht mehr auf die fokussiert und sagt das ist ein bisschen der griff ist auf mich fokussiert ich mache schalte bis zu faktisch hier ist auch hier ist auch ein creeper ja aber hauptsache nicht oder was ihr müsst den creeper irgendwie zusammen töten ja ich kann nichts allein machen wenn ein creeper auch nicht komplett allein achte und der creeper ist über euch er guckt auf euch also nicht rausgehen wir dürfen nicht rausgehen anton er läuft jetzt gerade weg warte ich gebe euch ein zeichen wenn er weit genug weg ist ich logge ihn weg kommt raus kommt raus kommt raus kommt raus kommt raus anton hat gerade den scheiß gangzug über ist er weg wirklich 100% der verfolgt mich gerade ok da ist ne oh gott die scheiß skelett da was bin ich gerade noch ein skelett nein skelett oh fuck 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 um skelett brenn doch die brenn nicht wegen dem scheiß baum oh gott ich hab schon sauviele herzen verloren welche aber ich bleib ich bleib hat sich angeschossen いく Ich hab's doch gesagt, Junge! Anton, spiel der Ami! Lenk ihn ab! Fick dich! Es ist tot! Hey, warte hinter dich, die Spinne! Geist die Spinne nicht an! Warte, du! Ich komme! Hinter uns ist ein Zombie, Ami! Spitz du! Ja, ich töte ihn, warum kommst du überhaupt? Ich hab gesagt, ich helfe dir! Du hast gesagt, du kommst! Ja, ich komme um Hilfe! Warte mal, kann irgendwer kurz den Ausgang bei uns bewachen? Ich will kurz was machen was? Es ist alles sauber! Ich hab gerade einen Herzinfarkt gekriegt! Ja, wir haben ein Skelett schon halb tot geschossen, ne? Das Skelett nicht! Spinne, aber die ist freundlich! Wo ist der Eingang? Das ist fucking Zombie! Ja, soll er kommen, der brennt dann! Pass auf, wenn er dich schlägt, dann bist du auch! Anton, wer baut die Bäume nicht ab? Mach mal den Ausgang! Mach das! Mach das! Guck mal, Anton, ich geh dir was! Und du kannst du den Ausgang... Philipp baut die Bäume ab, oder? Welcher Anusbau? Welcher Anusbau? Welcher Anusbau war für Holz? Ich kann nicht drausgehen, wenn ich von einem Skelett angeschossen bin! Ja, so ein Bausteo Bäume nicht fertig hab! Weil es nacht wurde und ich kann nicht gekonnt! Kann auch nass! Okay... Locked! Äh, wir haben eins nieder! ATTUCH! Oh mein Gott! Creeper, hallo! Wir haben's den Geißen! Ich weiß! Mach jetzt abgehen, Scheiß! Wo hast du überhaupt dein Block angebaut? Ja, geh durch! Ich komm runter! Ohne Schlagen, bitte! Ich hab halbes Leben! Stell mich jetzt in der Ecke und schäme mich! Ich... 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 Ja, wir brauchen das Scheiß-Eisen jetzt schon! Okay, wir haben 19 Kartoffeln! Und wir haben 7 Eisen! Also wir könnten einen Eimer draus machen! Okay! Und Niklas! Wie soll ich die Tür machen? Das sind... Das ist fucking nochmal... Draftor ist einfach, dass man aufmacht und rein rennt und... Keine Ahnung, hinter sich zu macht! Anton! Ich mach was! Ich mach was! Niklas! Anton! Ich mach was! Der! 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 könnte zu wagen aber ich könnte von hinten angreifen aber macht du er guckt auf dich super hast du die seite ja habe ich bitte 46 ich achte darauf dass ich waffen herstelle ja das heißt das restliche heißen bitte finden einmal in die durchlassen du bist ja richtig hast du eine axt ich habe ich habe mir ja ich bin unten die perg 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 ich war heute ich bin hinter dir weil ich mache kurz hier ich fang schon an mit einem minensystem das ist nicht unbedingt meine dünste idee dann nicht gut wie müsste es jetzt eigentlich sicher sein am tag schon ja auch kein ist mir zu wenig warte mal warte ich komme auch kurz zur kiste ich lege da mal kurz mein wichtiges zeug irgendwie rein ja ich habe mir eine neue holzbezocker unabsichtlich gemacht weil ich brauche die pflastersteine wenn ich mich selbst noch mal retten muss das macht mich ganz schwer und okay boah haben wir davon kommen echt achtung weil ich habe da ein minensystem mitgemacht und da kann man ganz leicht einfach rein fliehen und irgendwie sterben also schaden kriegen besser gesagt sterben noch nicht sterben kommt kommt schon dann doch nämlich überall eisen und alles und ganz viel kohle aber ich will das gerade nicht davon ich will mich einfach wirklich mal und jetzt drunter zu krank wie viel wolle haben also wird einfach nur für gold habt ihr habt ihr wolle ja ich habe gleich eins ich habe das war eine schlucht fuck gut dann nicht ein bisschen gut warte du wenn ich dann später zu dir komme gib mir bitte die eine wolle ich kann betten kraften dann schon langsam nur noch ein schaf ich sehe jetzt genug ausgelachtert ich hoffe es Gott sei dank wurde besser das waffen müsst ihr irgendwie ihr müsst irgendwie über uns diese wasserlöcher zu machen dort schwingen ja ganz da die scheißmonstern machen irgendeine scheiße ich bin nicht so weit weg ich bloß fahren bis ganze nur holz das heißt ja ich sehe gut ich wir müssen halt irgendwie mit dann mal auch überlegen gras runterzulegen dass wir sozusagen unten eine bahn haben ich habe auf jeden fall ich kriege auf jeden fall sehr viel fleisch immer bei unserem haus habe ich einen ganz langen gang nach unten gegangen da ist akazienholz davor da ist die fucking schlucht wenn ich das akazienholz weg macht ist dort die schlucht jetzt damit markiert und ich werde auch weiterhin damit markieren einfach mit sich sicher oder ist sehr viel zu gerogel die ersten spitzakten sollte ich auch reinhauen ich habe überhaupt eine ersten spitzakten gemacht wir brauchen nicht noch eine aber in schwierigkeit ist eigentlich gestellt hier schwer hart habe ich bis jetzt noch nichts davon gemerkt hat wer die sonne im blick fällt ja es wird nacht es wird es wird was wo ist denn so okay ja man schwirrt man merkt schon okay bitte bitte lasst irgendwie offen dass ich reinkommen jetzt dann verteidigt irgendwie dann das schnell das tor irgendwie wir haben dann doch geil hat und wo bist du ich bin gerade fast am haus ich bin jetzt sofort kommen einfach rein ich bin jetzt noch irgendwer kohle ich bei mir unten wenn du ich habe noch ein bisschen ich habe ich habe für dich noch etwas ich habe für dich noch etwas wolle ich habe davon nach scharf noch gefunden gibt mir einfach hatte mich noch was ich gehe noch gekommen bist du war da wird sterben ich weiß warte du bist du komplett alter ich bin ich bin nie wieder hart kam mit dem ja anderen wolle habe ich ich bin drin das war mit der folge tschüss